herzlich willkommen bei der revolution von mir für euch meine damen und herren wurde kurz wurde kurz tut mir leid von den großen jungen mikrofon also der gute plate 91 hat gesagt es hätte mir vor animus borderländer gucken hätte ich mir gemacht er hatte noch ein anderes die draus gehauen mit azad und gentleman zwei schüsse die werden so nach angucken ein popschutz produziert von gorex ich bin gespannt von den letzten beast mode album von teil 2 kamikaze der song abriss definitiv gönnung pur deswegen bin ich gespannt was mich jetzt hier erwarten wird ich hoffe es wird wieder so geil wie kamikaze so lassen wir die spiele beginnen englein englein fliegen auf der halle durchs revier du kannst rennen aber das biest hat euch alle im visier alles was du hörst ist ein schuss bevor du ich muss jetzt auch gern weiter gehört aber ich muss 20 sekunden regel dieses scheiß wasser ich bin mir einfach drei minuten zettel beat und stift und ich komme um macht den show schicke jeden dieser rapper mit der platte direkt wieder in ihr rattenloch gerade die kalasch die kauf werde zum bies so wie kacka rock schacke jeden dieser furzen einfach eine abs in die kauf willkommen okay alter okay das war sick alter okay Ich bin echt positiv überrascht, Alter. Aber ich bin echt überrascht. Ich bin echt überrascht, dass das Ding so einsteigt. Das Ding geht 4 Minuten 25. Jetzt kommt der Part. Jetzt kommt der Part. Alter, der Typ ist ja voll im Biest-Modus. Schüch, Alter. Trembolon. Oh fuck, warte mal, Trembolon. Das war doch mal... Oh fuck, das sagt mir sogar irgendwas. Das hat dann mal einer in dem Interview gesagt. Scheiße, ich habe es vergessen. Fuck. Aber ich habe den Begriff schon mal gehört. Trenmbolon. Alter, das Ding, da geht der übel nach vorne. Wir riechen ihre Pfotzen, kommen hodeln und zerfressen sie im Rudel wie Schakalle. Rede nicht von Gangster, wo ich lebe. Gibt es Krieg aus Stahl, in denen echte Männer kämpfen ohne Glade. Darum lernte ich hier draußen alle meine Konkurrenten ohne Mitgefühl mit einem rechten Haken zu zerschlagen. Mach mir bitte nicht auf stabil. Was wissen diese Hurensöhne von Gewalt? A, C, R, B, Kripo lässt uns kalt. Wir sagen kein Wort auf der Anklagebank. Kidnet das Kind von... Alter Schwede. Krasser Typ. Krasser Typ. Ich bin überwältigt. Ich will das einfach einfach nur genießen. Rapper trauen sich nicht heim. Willkommen in Borderlands. Bullen trauen sich nicht heim. Krasser Scheiß, Alter. Ich sag mal so, wenn das jetzt... Es wird ja jetzt wahrscheinlich wieder so sein wie am Anfang. Es werden wir bei drei Minuten oder so sein. Bis zur Hook. Also von der ganzen Hook, Bridge, etc. Wird nur noch eben ein Part kommen und dann kommt dann wieder die Hook. So denke ich das jetzt zumindest. Aber extrem. Die Hook. Extrem krass. Und dope. Ich würde es mir auf jeden Fall öfters geben. Rapper trauen sich nicht heim. Alle wissen, was passiert ist. Keiner hat etwas gesehen. Alle wissen, was passiert ist. Keiner hat etwas gesehen. Alle wissen, was passiert ist. Keiner hat etwas gesehen. Deine besten Freunde werden... Okay, 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 okay. Jetzt kommt der nächste Part. Warte kurz. Fanservice. So, jetzt zurück. Wir haben das gleiche Reimschema. Mehrere Reimketten hintereinander. Wissen, dieser Junge hat ein Herz wie eine Mauer. Keine bringt mich hier zu fallen. Du kannst überall hier nach mir fragen und sie werden sagen. Walla, er gehört sie draußen zu den Stabilzen von allen. Meine ganzen Kritiker sind heute stumm. Meine Brüder immer noch vermummt. Keine Hilfe ändert uns. Hängt seit Jahren immer noch ab mit demselben Jungs. Alles was ich brauchen loszufahren, um deine Fassade vom Gesicht zu reißen. Glaub mir ist ein Grund. Was weißt du von meiner Welt? Wir sind geboren als Wölfe bereit zu töten und dein Gagsrapidol ist ein Hund. Manche werden hier Kostcash. Der andere zockt dort zack von Prospect. Status schießt dir einer deinen Kopf weg. Quelle machen Kostet. Sie machen dich fest auf den Betrag, den du zahlst. Oder du schiebst in der Gosse auf dem Weg. Richtung Freiheit hat der Scheitan Feuer gelegt. Brüder tauschen 15 Jahre hinter Gittern für'n Augenblick Loyalität. Willkommen! Der Text ist hoch. Sheesh, Alter. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ich hab jetzt keine Einschüsse bei dem Auto gesehen. Oder? Krasse Scheiße. Rapper trauen sich nicht rei Willkommen, brother Bullen trauen sich nicht rei Rapper trauen sich nicht rei Alle wissen, was passiert ist Ah, okay, okay Ah, was haben wir denn zu... Ah, was hat aber da nichts mehr mit Drivebytes zu tun Keiner hat etwas gesehen Alle wissen, was passiert ist Keiner hat etwas gesehen Alle wissen, was passiert ist Keiner hat etwas gesehen Warum zum Fick kämmt er seinen Bart? Ich weiß, wenn man einen etwas volleren Bart hat Muss man den ab und zu mal Kämmen, ist ja ganz klar Man will ja irgendwie hier Rübezahl aussehen Der Herr der Berge Die ganze Zeit steht da draußen mit dem Auto Und kämmt sein Bart Piest Modus 3 Jetzt vorbestellen Äh, jetzt überall vorbestellen Äh, äh, ein Music Ne, Apple Music Amazon, iTunes, Google Play Deezer und Spotify Letzten sehen Das ist eine Stream-Plattform Muss natürlich Für die ich gewirrte, ich wäre nicht ganz Spaß Also, ich bin erstens überrascht Freudig erregt Innerlich Natürlich Innerlich Ich hätte so ein So ein Brett jetzt nicht erwartet Als erste Single-Auskopplung Als erste Single-Auskopplung Ich bin mal gespannt Was In dem zweiten Äh, in der In dem zweiten Single Mit Asad und Gentleman Was da abgeht Ich kann mir auch schon fast So denken, dass Gentleman die Hook macht Und Und Asad und Äh, äh Andi muss einfach nur zwei Parts Truffs bitten Aber wie das alles zusammen In Einklang klingt Gentleman ist ja eher nicht so bekannt Für Ich glaube eher bekannt mehr So für Reggae-lastige Songs Wegen seiner Stimme etc Ich bin gespannt Ich bin Ich bin einfach nur sprachlos Ich guck mal das Ding alle Fälle Also ich geb mir den Song alle Fälle Auch wieder mehrmals Erstmal kurz ein Like da lassen Ganz klar Muster Like is da So meine Freunde der Sonne Wie fand ihr den Drake Also meine Meinung könnte ja Ich fand das Ding Abriss Alles Alles Da war definitiv ein Biestmodus im Studio Definitiv Meinungen Kritik Vorschläge in die Kommentare Song plus Kanal unten in der Infobox Social Media Plattform von mir unten in der Infobox In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag Haut rein Und macht irgendwas Sinnvolles Yay Und vielen Dank Blade91 für den Vorschlag Krasse Dude Seit längeren 2-3 Monate bist du schon dabei Geiler Typ Props gehen alle Fälle raus an ihn Aber jetzt wirklich endgültig Tschüss Auch Ja Tschüss